Ich wünsche mir ein weltoffenes Bayern, dass alle Menschen, die hier leben, sich hier zu Hause fühlen können und vor allem auch Menschen, die aus ihrer alten Heimat fliehen mussten, dass die hier eine neue finden und hier die Chance haben auf ein würdiges und auch auf ein selbstbestimmtes Leben.